Ganz schön anstrengend, wenn nur ein Motor läuft, Alter. Aber du, hier hat Radluft. Ey, da hast du nicht so schnell. Ey, ein Rad dreht nicht. Ich weiß. Und dann ganz schön... Boah! Boah, Alter. Boah! Da! Stell dir die Kante vor! Die Kante! Oder du hast einen Tunnel drin! Das ist voll übel, ey! Ja, da ist der Knabeln. Schienen Knabeln! Hast du in Chicago gesehen von dem? Boah boah! Er schließt. Er steht, er darf also. Was ist los? Aber du bist ein Chen! Wohh! Jetzt stehen sie da, sonst stehen die da, das sind Engländer oder Iren, aber das da, das ist ein Engländer, wie darf man da heute noch sagen, Zigeuner, ne? Zigeuner. Achse gebrochen? Nein, Motor kaputt. Hinten, wenn ich noch nicht verabschiede. Schläge. Warte, guck hier, da hat sich jemand hoch. Ja, also das ist Motorschaden, ne? Ja, ein Motor sitzt fest. Ja, ein Motor sitzt fest. Ja, komm mal her. Fühl mal, fühl mal. Der war gerade am Glühen. Ja, ja doch. Ja, wir brauchen eine Zange, wir müssen die Motoren rausreißen. Sportfeder irgendwie. Ja, das geht. Das geht schon so. Ja, ja. Hast du einen Hammer? Nein. Hast du einen Hammer bei? Nein. Hammer. Ich pflück das ganze Ding auseinander, ist mir scheiße. Ich brauche jetzt im Roll, Alter.